Hallo zusammen, hier ist wieder Otsila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mountguide präsentieren. Heute geht es nämlich um den blutroten Gezeitenhengst und den können wir uns einmal in Nassiatar durch das Murdoch-Spiel erspielen. Und wer sich jetzt fragt, oh ist der heute etwa da? Ja, der ist heute da und zwar müsst ihr einmal in den Warm-Mode zum Murdoch-Händler in eurer Base gehen. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, will ich erklären. Und zwar müsst ihr einmal euch nach Nassiatar euer Lager freispielen, das werden die meisten schon gemacht haben. Und dann könnt ihr hier unten so einen Murdoch anquatschen, den begleitet ihr in euer Lager, so bei der Allianz, so bei der Horde. Und sobald ihr das gemacht habt und die Quest abgebt, habt ihr dementsprechend hier verschiedene Murdoch-Händler bei euch in der Base stehen. So weit, so gut. Jetzt ist es so, dass ihr jeden Tag euch ein Item, beziehungsweise zwei Items bei diesem Händler holen könnt. Es sind immer verschiedene Geschichten wie Erfahrungen für eure Anhänger, Mana-Perlen, Gear-Items, irgendein komischer Kasten, wo Beschwör-Items für Bosse drin sind. So ein Zeug kann man da kriegen. Und jetzt ist es so, dass es auch einen Mount gibt. Das ist aber ein bisschen random, wann das hier drin kommt. Also es ist random, was hier reinkommt, aber für alle Spieler gleich. Und jetzt ist es so, dass wir das zweite Item sehen, brauchen wir einen bestimmten Umhang. Und zwar ist das dieser hier, das ist ein bentischer Umhang, also sprich von diesem Gear, was man hier in der Zone kriegt, beziehungsweise bei einem Händler auch kaufen kann. Und dort sind immer andere Affixe quasi drauf. Und ihr braucht den Umhang, der folgendes Ding hat, und zwar anlegen. Ihr habt den Zugriff auf die besonderen Vorräte des Murdoch-Händlers. Und wenn wir das anhaben und dann den Murdoch-Typen anquatschen, seht ihr, haben wir ein weiteres Item. Und das ist heute das Mount. Wenn ihr das Video jetzt morgen guckt, wird wahrscheinlich was anderes drin sein. Ich nehme mal nicht an, dass zweimal hintereinander das Mount drin ist. Dann müsst ihr halt jeden Tag checken, bis wieder das Mount bei ihm dran ist. Okay, so weit, so gut. Jetzt haben wir den Händler. Wo können wir den Umhang gut herbekommen? Wenn dann über irgendwelche Drops, dass ihr einen bentischen Umhang bekommt. Oder ihr quatscht mit dem Händler hier. Und der verkauft euch für 5 Mana-Perlen diese bentischen Umhänge. Kleiner Tipp am Rande. Die sind Battle.net-Account gebunden. Falls ihr hier ein paar Twinks habt, die auch schon Marken habt, kauft es mit einem Twink. Schickt die zu eurem Main rüber und wandelt die so lange um, bis ihr den richtigen Affix habt. Ich hatte Glück. Ich habe zwei Umhänge umgewandelt und hatte ihn. Ich weiß von Kollegen, die haben über 30 umgewandelt und hatten ihn immer noch nicht. Also von dem her, man kann da ein bisschen Pech haben. Es gibt relativ viele verschiedene Affixe quasi, die auf diesen Items drauf sein können. Und nur mit diesem Murloc-Affix seht ihr quasi beim Händler, ja, das Mount. Und, beziehungsweise die anderen Items. Gut. Soweit haben wir jetzt das erklärt. Jetzt schauen wir einmal ran, wie wir uns das hier kaufen können. Und zwar, ihr seht, man braucht hier verschiedene epische Items, die alle einen Tag halten, beziehungsweise noch einen anderen, worauf ich später noch eingehen werde. Diese Items können wir uns quasi in dem quasi holen, wenn wir hier mit diesem Murlocs quatschen. Und zwar haben wir immer ein Grund-Item, das wir uns einmal kaufen können und dann noch grüne, beziehungsweise blaue und epische Items. Ziel ist es jetzt, mit diesem Grund-Item von einem Händler zum anderen zu gehen. Und bei dem nächsten Händler kann man quasi wieder ein Grund-Item kaufen und mit dem Grund-Item von einem anderen Händler sich ein grünes Item kaufen. Man muss sich dann quasi die grünen Items bei dem einen holen, mit dem grünen wieder zum anderen gehen und aber das blaue kaufen. Und das geht immer weiter hin und her. Also sprich, muss man ständig diese Händler abklappern und sich eigentlich vorher schon ein bisschen überlegt haben, okay, wie viele Einheiten von den verschiedenen Sachen brauche ich denn, um das rumtauschen zu können. Jetzt ist das ein ziemliches Hin- und Hergehoppe von den Händlern und man müsste sich das eigentlich am besten aufschreiben, um da nicht durcheinander zu kommen. Es gibt da aber auch eine Wieg-Aura, die ich mir geholt habe, die kann ich euch dann auch verlinken. Und mit dieser Wieg-Aura kann man sich das Ganze ein bisschen erleichtern, sonst müsste man halt schauen, ich brauche das Epic-Item, was braucht das in blaue Items, was braucht das in grüne Items, was braucht das in weiße Items, dann geht das immer so weiter hin und her. Und wenn man diese Wieg-Aura hat, dann ist es ein bisschen einfacher, dann geht man einfach einmal zu jedem Händler hin, beziehungsweise manchmal auch zweimal, bis es das getrackt hat und dann checkt die Wieg-Aura, welche Items am Tag sind und kauft automatisch für euch die Items und dann muss man quasi da nicht ewig rumbasteln. Ich mache das jetzt einmal, ich check jetzt quasi jeden NPC einmal ab und seht ihr, jetzt hat die Wieg-Aura es getrackt, was ich an Items brauche. Und ihr seht schon, er schreibt mir jetzt rein, talk to Mögel, Mögel, dann zu Gürgel, Gürgel, Vürgel, Hürgel. Also ich muss jetzt mit jedem einmal quatschen und diese Grund-Items holen und der sagt mir auch 771, also ihr seht, das sind teilweise relativ viele, deswegen einfach nur ein bisschen losstiefeln und kaufen, macht wenig Sinn, sonst braucht ihr relativ viel Zeit. Ihr seht, er hat automatisch die Items jetzt gekauft und jetzt laufe ich halt zum nächsten Händler. Er kauft dann wieder automatisch die Items, genau die Anzahl, die ich brauche, geht zum nächsten Händler, kauft wieder die Items, die ich brauche und tauscht die halt alle um. Und ja, ich kriege dann quasi immer noch die weiteren Items, die ich brauche, direkt ins Inventar und kann die dann wieder weiter tauschen. So, zwischendrin hat man hier auch eine Geschichte, dass man deal with dreckige Mörlock-Socke, heißt, da muss man in ein Gewässer gehen und dann hier auf diese Mörlock-Socken draufdrücken, muss die dann quasi einmal waschen, weil die Mörlocks wollen keine dreckigen Socken, sondern saubere. Und das machen wir jetzt an der Stelle. Übrigens, manchmal spackt die Weak-Aura ein bisschen rum und dann kauft es euch nur die Mats für das erste Item, nicht für das zweite. Ich weiß nicht, an was es liegt, also so hundertprozentig funktioniert sie nicht unbedingt. Da müsst ihr vielleicht ein-, zweimal mit diesen Typen mehr quatschen, dann geht's aber. Falls das bei euch nicht gehen sollte, man kann das natürlich auch alles manuell machen, dann muss man halt gucken, was für ein Item brauche ich von was für einem Typen und geht dann halt einen nach dem anderen rundherum und dann dauert das halt einen Ticken länger. Euer Mount kriegt ihr aber trotzdem. Also das ist nicht der Stress. So, jetzt muss ich noch mit Mörgel-Mörgel sprechen. Dann müssen wir wieder mit Hürgel und Vürgel. Ich kann mir immer nicht merken, welche das sind. Quasi meine Taktik ist einfach, alle einmal im Kreis abzuklappen und irgendwann hat man alle Items fertig. Sobald hier die ganzen Epic-Items drin sind, passt das eigentlich soweit. So, jetzt brauche ich den einen nochmal. Der hier ist das, oder? Mörgel-Mörgel. Okay, und jetzt habe ich anscheinend alles soweit fertig. Er sagt, dass ich zum Mörgel gehen muss. Das ist der Händler hier. So, an der Stelle ein kleiner Einschub. Und zwar brauchen wir noch ein weiteres Item. Erstmal müssen wir hier zu einer Höhle auf den Koordinaten 26, 32, Nasiata. Und wenn ihr in der Höhle seid, dann braucht ihr hier diese zwei Nager beziehungsweise einen Mörgel-Händler, der da hinten im Käfel cockt. Und wenn ihr das soweit habt, ist es gut, denn dieses Event, was wir jetzt gleich spielen müssen, ist relativ selten da. Das kann ein paar Stunden dauern, bis das respawnt. Heißt, wenn ihr es mal findet, ladet ein paar andere Leute ein, sagt euren Freunden Bescheid, denn es ist wirklich selten. Und was müssen wir jetzt machen? Wir haben hier so ein kleines Nager-Event, wo wir quasi so lange Nagerwellen töten, bis so ein Boss kommt. Den Boss klopfen wir um. Und sobald das fertig ist, kommt der kleine Mörgel aus dem Käfig raus. Sobald er aus dem Käfig draußen ist, können wir ihn anquatschen und er verkauft uns ein paar Items. Die Items sind ehrlich gesagt ziemlicher Käse. Was wichtig ist, wir ziehen wieder unseren Umhang an, unseren Mörgel-Item-Umhang quasi. Und dann sehen wir ein weiteres Epic-Item bei ihm. Das können wir kaufen. Das hält nicht nur einen Tag, sondern es hält unendlich lang. Es ist aber einzigartig. Und dieses Item braucht ihr für alle möglichen Items, die man bei dem Mörgel-Händler als Zweit-Item kaufen kann. Und unter anderem auch eins fürs Mount. Also ohne das könnt ihr das Mount nicht holen. Dementsprechend müsst ihr euch das erstmal besorgen. Oder ihr habt es euch schon die vergangenen Wochen besorgt. Bei mir war es der Fall. Deswegen habe ich das jetzt hier nochmal nachträglich mit reingeschnitten. Komplett vergessen, dass ihr ja das auch noch braucht. Aber dass es vollständig ist, hier nochmal, wie ihr seht, könnt ihr euch das Item kaufen. Genau. Und sobald ihr das habt, können wir quasi dann uns das Mount kaufen gehen, wenn ihr, wie ich, dieses Trade-Game quasi bei den Murlocs im Lager gemacht habt. Jetzt quatsche ich mit dem. Und ihr seht, ich habe ein Achievement einmal bekommen und beide Items eingeheimst. Es ist mit der Weak auch um einiges leichter. Mit dem hier kann ich meinem anvisierten Anhänger quasi 75 Erfahrungen geben. Das machen wir jetzt mal. Jetzt hole ich mir den hier mal, meinen Anhänger einmal. Wo bist du denn hier? Komm her, Anhänger. So. Dann kriegst du ein bisschen Erfahrung. Und als zweites habe ich das Mount. Tada. Und jetzt können wir quasi auch einmal aufsitzen. Denn ich habe mir da ein Item gekauft, das man mit diesen ganzen, ja, mit diesen ganzen Unterwasser-Mounts hier in Asiatar quasi auch aufmauten kann. Das kriegt man da drin bei einem von den Händlern. Müsst ihr mal gucken. Da könnt ihr euch das kaufen. So. Jetzt noch wegen der Wieg Aura. Also Wieg Aura ist erstmal ein Add-on. Und ich werde euch dementsprechend das einmal hier in die Infobox packen. Den Link, wo ich die Wieg Aura holen könnte. Einfach die Wieg Aura in das Add-on quasi importieren. Und dann seht ihr das. Wie gesagt, ihr könnt das Ganze aber auch ohne Wieg Aura machen. Das ist alles gar kein Stress. Müsst ihr halt euch das am besten ein bisschen aufschreiben. Oder ihr kauft halt so lange diese Items hin und her, bis ihr es fertig habt. Das könnt ihr natürlich auch machen. Jemand dem Aufschreiben geht wahrscheinlich schneller ohne Wieg Aura. Genau. Dann schauen wir uns das Mount noch ein bisschen genauer an. Das ist quasi nochmal so ein Seepferdchen. Zwei andere hatte ich ja euch schon gezeigt. Einmal Fabius und einmal das für 150 PvP-Marken, was man bekommt. Und die können wir uns auch nochmal kurz angucken, dass ihr seht, was es da noch für Mounts geben würde. Und zwar haben wir hier einmal die dunklere Variante. Das ist die für die 150 PvP-Marken. Und Fabius ist die ein bisschen hellere Variante mit ein bisschen kräftigeren Farben. Auch ganz schick. Wobei ich muss sagen, das hier ist fast das Schönste. Das Rote mit dieser goldenen Panzerung hat auf jeden Fall was. Genau. Sonst würde ich euch empfehlen, wenn ihr andere Achievements noch machen wollt, macht trotzdem das Merlock-Game mit, weil ihr kriegt halt, wie ihr gesehen habt, die Erfahrung für die Anhänger hoch beziehungsweise auch Mana-Perlen, die man auch immer, denke ich mal, gebrauchen kann. Gut, das war's mit dem kleinen Video-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.